Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser speziellen Sonderausgabe hier auf PULS4. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, Johanna Setzer. Schönen guten Tag. Hallo Christoph, danke für die Einladung. Sehr gerne. Was machst du denn eigentlich in deinem Unternehmen Spezielles? Ah, boah, in PULS4, Café Puls, mache ich TV-Moderation, das seit 17 Jahren. Und ich darf mich Österreichs erste Frühstücks-TV-Moderatorin nennen, weil ich die Erste war, die verrückt genug war, um 2.30 Uhr aufzustehen, um ins Fernsehen zu gehen und guten Morgen zu sagen und die Menschen aller früh im Land zu informieren. Und wie lange dauerte eigentlich Ihre Ausbildung so zur Moderatorin hier bei PULS4? Ein ständiger Prozess. Ich habe eine Radioausbildung gemacht, wo du Sprachausbildung machst. Ich habe vier Jahre Radio moderiert, wo du Radiobeiträge lernst. Ich war im Hintergrund lange tätig als Redakteurin und habe Talkshows lang gemacht. Für ATV noch. Und das ist wirklich alles gefühlt ewig her, fast an die 20 Jahre. Aber ich glaube, dass du, wenn du ganz viel im Hintergrund machst und dir verschiedenen Arbeitsbereiche in der TV-Welt, wie Redaktion, Coaching von Moderatoren ansiehst oder auch im Radio gearbeitet hast, dass das schon gute Grundlagen sind, um den Job als Fernsehmoderatorin machen zu können. Was war denn eigentlich, welchen Schulabschluss benötigten Sie dafür? Also vielleicht hätte ich ihn auch gar nicht benötigt, aber Matura ist immer wichtig. Also ich habe die Matura gemacht in der Hegelgasse in einem Borg mit einem Schwerpunkt, weil er mich wahnsinnig interessiert hat, zeichnen, kreativ sein, bilderische Erziehung und Kunstgeschichte und habe dann kurz studiert. Und zwar, wie das irgendwie jeder mal macht, man hat Lust auf Publizistik, wenn man in die Medienwelt möchte. Ich habe das noch kombiniert, weil Psychologie nicht frei war mit Pädagogik. Aber es ist kein Muss. Es ist immer ganz gut, eine Ausbildung vielleicht wie Politikwissenschaften als Studium nebenbei zu machen. Aber wichtig ist, ganz viel Praxis zu sammeln und neugierig zu sein, in vielen Redaktionen tätig zu sein. Waren irgendwelche Noten oder Schulfächer besonders wichtig hierfür? Boah, eure Eltern werden mich jetzt hassen. Nein, waren nicht notwendig. Mich hat nie mehr nach einem Zeugnis gefragt, weil ich musste ja dann in der Redaktion sowieso selbst einen Aufnahmetest machen, um genommen zu werden. Wo es um allgemeine Bildung geht. Das heißt, man sollte schon aufpassen bei dem, was einem die Lehrerinnen und Lehrer so erzählen. Also es ist immer schon ganz gut, sich notenmäßig zwischen 1, 2 und 3 einzupendeln. Ein guter Vierer geht auch noch. Die Fünfer lassen wir aus, okay? Okay, was lernt man daraus? Natürlich das, was die Eltern sagen, ist nicht immer richtig. Das stammt nicht von mir, das Zitat. Wie lange arbeiten Sie schon eigentlich hier in diesem Betrieb? Also bei PULS 4 seit 17 Jahren, aber davor eben auch für ein deutsches Unternehmen, für eine deutsche Produktionsfirma, für einen Radiosender. Ja, und ich habe meine eigene Firma auch noch. Ich bin auch als Moderatorin von Events zu buchen. Und ich coache auch Leute, die Unterstützung brauchen, die sich ganz schwer tun, da in so eine Kamera reinzuschauen, aber vor der Öffentlichkeit sprechen müssen. Die unterstütze ich auch, damit sie kamerafit und publikumsfit werden. Es ist vielseitig. Würde sich die Möglichkeit noch einmal ergeben, würden Sie dann die Ausbildung noch einmal machen beziehungsweise denselben Weg noch einmal gehen oder eher nicht? Es ist eigentlich alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und auch ganz viel Zufall, wenn damals nicht unser Unterhaltungschef Patrick Schubert gesagt hätte, die Johanna in Wien gibt es einen Stadtsender, komm doch und mach Redaktion da und komm zu den Castings als Moderatorin, dann hätte ich das gar nicht gewusst. Weil solche Anzeigen, dass wer gesucht wird, das steht ganz oft jetzt nicht an der Zeitung oder wird auch nicht online irgendwie so bekannt gegeben. Also man muss da schon ein Netzwerk auch haben, wobei es auch immer besser wird mit Jobinfos auf Insta oder auf Facebook, steht bei uns zum Beispiel beim Unternehmen ProSieben seit 1Puls4 ja auch immer, wenn wir Leute suchen, da immer ein Auge drauf haben. Ich würde alles genau wieder so machen, aber ich habe es ja nie so geplant. Ich habe nie geplant, ich möchte Fernsehmoderatorin werden. Das war wirklich Zufall. Haben Sie sich Ihren Beruf als Moderatorin so vorgestellt, früher, bevor sie Moderatorin war, wie er jetzt auch ist? Also mein Vorbild, das wirst du nicht kennen, werdet ihr nicht kennen, war immer früher so Wurlitzer. Das war so eine Sendung im ORF, wo man Briefe hinschicken konnte und dann hat einem der Moderator oder die Moderatorin ein Musikvideo abgespielt. Das war irgendwie so MTV für Arme. Und das war immer ganz cool moderiert. Das war eine schöne Sendung. Und ich finde Barbara Schöneberger als Moderatorin auch extrem cool. Moderation ist nichts anderes als Menschen informieren und das mit einer leichten Sprache und mit viel Wissen. Ich muss mich mal auskennen, wenn ein Gast da ist, was ich dem für Fragen stelle. Ich muss alle Themenbereiche abdecken können. Ich finde, Moderation ist Dienstleistung. Ich darf den Zuschauerinnen und Zuschauern die Welt ins Wohnzimmer nach Hause bringen. So sollte man den Job sehen, glaube ich. Was ist eigentlich das Schöne an Ihrem Beruf als Moderatorin bzw. was mögen Sie gar nicht? Ich mag wahnsinnig gern, mit Menschen zu tun haben zu dürfen und den Menschen zu Hause zu erklären, was wir hier für Geschichten haben. Ich bin nichts anderes als eine Fernsehverkäuferin von Beiträgen oder von Nachrichten und von wichtigen Informationen aus den verschiedensten Bereichen. Das mag ich sehr gerne. Ich mag einfach Menschen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Was ich nicht mag, ist, dass dieser Beruf ganz oft immer so mit dann ist man ein Star. Ja, ich darf schöne Kleider tragen. Ja, ich werde geschminkt und meine Haare werden gemacht. Aber wenn du ein Star werden willst, dann mach Schauspiel, mach nicht TV-Moderatorin. Das ist, wenn du eine Rolle spielen willst, dann solltest du wirklich ins Schauspiel gehen und nicht in die TV-Moderation. Wenn Sie jetzt noch einmal 14 wären, also 14 Jahre alt werden, was würden Sie wieder so machen wie früher? Also mit 14, sage ich dir ganz ehrlich, war ich noch in der Schule und habe nebenbei gearbeitet. Beim Anker habe ich damals schon um drei Uhr am Wochenende aufstehen müssen, wenn ich nicht in der Schule war und habe Kaffee ausgeschenkt und Kipfel verkauft, weil ich mir einfach was dazu verdienen wollte. Ich wollte schon mein eigenes Geld verdienen. Das würde ich genau wieder so machen. Ich würde auf jeden Fall die Schule fertig machen, weil es einfach wichtig ist, einen Abschluss zu machen, weil du ja dann doch einen Colleg, ein Studium vielleicht machen möchtest, wo du doch die Matura brauchst. Also auf jeden Fall schon nebst Schule, neugierig sein, ganz viele Jobs anfragen, so wie du jetzt auch hier bei den berufsbildenden Tagen bist und immer wieder versuchen, auch im Sommer ein Praktikum wo zu machen. Man hat ja acht Wochen Ferien, man kann ja die Hälfte davon irgendwo in den Beruf reinschnuppern. Das nimmt dir niemand die Erfahrung, die du hier bei uns bei PULS 4 gemacht hast. Und was würden Sie einem 14-Jährigen eigentlich bei der Berufswahl raten? Also schau dir ganz viel an. Ich glaube, es ist total gemein und schwer, dass man sich mit 14 auch schon entscheiden soll. Das ist so die Phase zwischen 14 und 18, wo du auch schnuppern sollst, Sachen ausprobieren sollst, auch sagen darfst. Ist nichts für mich. Schau mir das Nächste an. Das ist die Möglichkeit, dass du dir was suchst, was dich interessiert und vielleicht findest du etwas, was noch besser zu dir passt. Neugierig sein, viel ausprobieren, unbedingt Ferialjobs machen, halt einen Monat nur und den anderen Monat dann Ferien machen, wenn man keine Nachprüfung hat im Herbst. Das rate ich dir. Bei vielen ist es ganz sicher schwer, sehr schwer sogar jetzt schon irgendeinen Weg zu gehen. Bei mir ist es eher weniger. Ich habe jetzt bis auf Weiteres einmal und hoffe ich, dass das auch bleibt, meinen Traumberuf gefunden. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie sieht eigentlich ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Also Pausen und etc. Also ich habe 15 Jahre Frühstücksfernsehen Café PULS um 5.30 Uhr bis 10 Uhr moderiert und bin dafür um 2.30 Uhr aufgestanden, war um 3.30 Uhr am Sender. Da hat man mal ganz viel Kaffee zuerst und Besprechung, Fitting heißt das, wenn man das Gewand probiert. Man muss sich die Beiträge anschauen, weil sonst weißt du ja nicht, was du hier erzählst, wie ein Beitrag beginnt und wie ein Beitrag endet. Ganz wichtig, dass man das weiß. Regiebesprechung, mit Gästen schon quatschen, mit dem Moderationspartner quatschen, weil du musst dich auf den auch einstellen können in der Doppelmoderation. Und das ist hier jetzt eigentlich auch genau das Gleiche mit dem Unterschied, dass mein Arbeitstag jetzt um 7.30 Uhr hier im Sender beginnt, weil jetzt Café PULS die Verlängerung zwischen 10 und 12 am Vormittag läuft. Braucht man irgendwelche bestimmte Fähigkeiten, um diesen Job als Moderatorin beziehungsweise Moderator zu erlernen? Und wenn ja, welche eigentlich? Also von mir aus, wenn ich jetzt Chef hier wäre, was ich leider nicht bin, du musst neugierig, eloquent sein, schnell reagieren können, eine schnelle Auffassungsgabe haben, dich für Menschen interessieren, dich für alle Themen interessieren. Ich darf jetzt nicht nur Politik interessiert sein, dann müsste ich Nachrichten moderieren. Ich muss bei Politik genauso mitreden wie bei Chronik, bei Superstars, bei Musik. Also diese ganze Klaviertastatur an Themen beherrschen. Das ist schon mal ganz wichtig. Aussehen sollte auch ganz adrett wahrscheinlich sein, wobei es da ja auch unterschiedliche Geschmäcker gibt. Ja, und du musst halt eine gute Allgemeinbildung haben. Und was sind die typischen Tätigkeiten in diesem Beruf? Recherche ist ganz wichtig, weil du ja einen Beitrag vom Redakteur bekommst, den du präsentieren darfst. Du musst aber schon davor über das Thema Bescheid wissen, das heißt recherchieren im Internet oder auch in Telefonaten, dazu auch noch Interviews vorabführen, bevor der Gast hier ist. Das ist schon wichtig. Ein Gefühl auch dafür haben, welche Frage jetzt gerade richtig ist. Das kann ein Fragekatalog hier in meinen Moderationen stehen und dann sagt der Gast etwas. Und dann gehe ich nicht darauf ein, sondern mache die nächste Frage. Das wäre ein Fehler. Ich muss auch noch nebenbei zuhören können und die nächste Frage im Kopf schon haben. Also muss es richtig schnell auch schalten können. Also auch bis dann dazu danach noch etwas sagen. Kommen wir nun zur letzten Frage. Was ist eigentlich besonders schwierig beziehungsweise besonders leicht an Ihrem Beruf? Schwierig? Was ist schwierig? Ist so nach langer Zeit, nach 17 Jahren, auch für mich schwer zu sagen, was ich schwierig finde? Vielleicht war es früher die Arbeitszeit, dieses halb drei in der Früh aufstehen, aber das ist halt für das Frühstücksfernsehen der Fall. Das muss man dann für eine andere Sendung nicht. Das ist früh. Sehr früh. Ja, Teamwork ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man das hat, weil eine Sendung jetzt nicht nur als Moderator besteht. Da arbeiten ganz viele im Hintergrund, die man nicht sieht. Und wenn es die nicht gibt, kannst du hier nicht toll arbeiten. Also du musst schon wissen, dass du diesen Job hier repräsentativ für ein ganzes Team machst. In diesem Fall sind jetzt nicht viele hier rundherum. Die sind in der Regie. Ja, der Kameramann hat schon auf Wiedersehen gesagt. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr ausführliches Interview. Wie war es schon bei Du? Entschuldige. Dann danke ich dir für das ausführliche Interview. Und ich danke euch natürlich, dass ihr dabei wart und eingeschaltet habt. Auf Wiedersehen. Schönen Tag. Schönen Tag.